So meine Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute habe ich mal ein etwas anderes Video für euch am Start, denn ihr könnt es ja schon am Titel sehen, wie ihr ganz einfach und kostenlos 8 Millionen Dollar bekommen könnt. Ist natürlich nicht eine Sache, die man einfach so bekommt und wie das Ganze geht, wie ihr dieses Geld bekommen könnt, das erfährt ihr heute in diesem Video. Und zwar habe ich ja vor einigen Wochen ein Gewinnspiel gestartet, wo ich 3,5 Millionen GTA Dollar an euch verlost habe. Da war ja das Problem, dass mein PC kaputt ist und ich da einfach nichts mehr machen konnte. Deshalb konnte ich das Gewinnspiel jetzt nicht zu Ende bringen. Da mein PC bzw. da ich jetzt wirklich eine Methode habe, wie ich gut meine Videos aufnehmen kann, werde ich jetzt einfach mal sagen, werden wir das jetzt mal nachholen, aber in einer anderen Methode. Ich habe mir gedacht, Digga, wenn die Leute schon ein bisschen warten müssen, dann legst du ein bisschen was drauf und deshalb haue ich jetzt hier ein 50er raus für 8 Millionen GTA Dollar. Und wie ihr jetzt teilnehmen könnt an diesem Gewinnspiel, erfahrt ihr ganz, ganz kurz und knapp in diesem Video. Und zwar ganz zuerst, ihr braucht für das Gewinnspiel Instagram. Wenn ihr kein Instagram habt, dann müsst ihr euch einen neuen Account erstellen, sonst habt ihr leider Pech gehabt. Jeder, der bei diesem Gewinnspiel mitmachen möchte, braucht Instagram. Dann könnt ihr gerne ein Like auf das Video da lassen, den Kanal auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Denn auf meinem Kanal findet ihr immer die besten und hilfreichsten Videos zu GTA Online. Was aber ganz wichtig ist, ihr braucht einen Kommentar. Und da schreibt ihr am besten erstmal rein, warum ihr das überhaupt haben wollt und wie ihr genau auf meinem Kanal gestoßen seid. Durch welches Video seid, wann ihr am Start seid. Schreibt einfach mal ein bisschen was rein und dahinter euren Instagram Namen. Dann werde ich am Samstag, diesen Samstag, den 16.11.2019 um 15 Uhr einen Livestream starten, wo wir dieses Gewinnspiel auflösen werden. Das heißt, es ist wirklich kurz bevor. Ich werde das jetzt hier nicht ein, zwei Wochen laufen lassen, da ihr habt schon genug gewartet. Diesen Samstag, den 16.11.2019 um 15 Uhr live streamen. Seid dabei wirklich 15 Uhr, Leute. Wir werden da vielleicht auch mal ein bisschen glitschen. Müssen wir mal gucken. Da wird es auf jeden Fall aufgelöst. Seid da am Start, Leute. Und das war es eigentlich schon. Und so könnt ihr dann ganz einfach easy, measy kostenlos 8 Millionen Dollar bekommen. Ist auf jeden Fall eine coole Methode. Ich dachte mir, ey, wenn die Leute schon ein bisschen warten müssen, dann legst du ein bisschen drauf. Danke nochmal für den ganzen Support, weil ich bin jetzt ja wieder back, Leute. Ich mache jetzt wieder Videos. Seid aktiv. Sagt wirklich all euren Freunden Bescheid, dass es bei mir wieder läuft. Also beziehungsweise, dass ich wieder Videos mache. Und damit würde ich sagen, die Piero Army lebt wieder. Ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgenmittag oder Abend. Genießt den weiteren Tag, Morgenmittag. Weißt, was ich, wo ihr gerade seid. Ich bin raus heute rein und ciao.